Ja, hallo und willkommen zu meiner Regelerklärung zu Time Stories. Time Stories. In Time Stories spielen wir Agenten, die für die Time Agency arbeiten. Und die Time Agency hat es zur Aufgabe, Risse und Anomalien, die kurz bevor stehen, in der Zeit aufzutreten, zu verhindern. Und dafür schickt sie die Agenten in sogenannten Zeitkapseln zurück in die Zeit oder auch manchmal in die Zukunft. Eben genau zu dem Zeitpunkt hin, wo gerade so ein Riss oder eine Anomalie zu entstehen droht. Time Stories ist im Grunde ein kooperatives Spiel, wo alle Spieler versuchen gemeinsam das Rätsel zu lösen. Also Rätsel heißt eben zu verhindern, dass ein Riss in der Zeit entsteht. Das ist meistens verbunden eben mit einem Rätsel. Es ist so, dass Time Stories in verschiedenen Szenarien gespielt wird. Es gibt in der Grundschachtel genau ein Szenario, das ist das hier, das ist die Nervenheilanstalt. Und die spielt im Jahre 1921. Es gibt mittlerweile schon drei weitere Szenarien, wo wir immer in andere Schauplätze kommen. Einmal kommen wir zum Beispiel in eine mystische Fantasy-Welt. Dann ein anderes Mal kommen wir so in die 90er Jahre und müssen dort gegen Zombies kämpfen. Und bei dem dritten Szenario, was es gibt, dort müssen wir in das alte Ägypten und dort versuchen ein Rätsel zu lösen. Ja und bei unserer Reise zu dem Schauplatz begegnen wir ganz einfach vielen unterschiedlichen Leuten. Wir können viele Orte besuchen. Und zwar schlüpfen wir dabei immer in sogenannte Wirte. Das sind pro Szenario vorgegebene Personen, die eben in dem Szenario eben eine besondere Rolle spielen. Und diese Wirte steuern wir quasi. Wir können auch gegebenenfalls die Wirte verlassen während eines Szenarios und in andere Wirte gehen. Aber prinzipiell besuchen wir eben mit diesen Wirten unterschiedliche Orte wie hier. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Ort ausgelegt, der in der Nervenheilanstalt angesiedelt ist. Und zwar ist das hier der Aufenthaltsraum. Und ja, die Orte aneinandergelegt bilden immer so ein schönes Panorama. Und die Spieler haben dann mit ihren Agentenspielsteinen dann die Möglichkeit zu markieren, welchen Ort sie jetzt besuchen wollen. Bei der ganzen Sache gibt es aber genau ein Problem und zwar die Zeit. Denn hier der Zeitmarker gibt an, wie viel Zeit wir aktuell noch zur Verfügung haben. Denn alles an Aktionen, was wir so ausführen und der Wechsel von Orten, der kostet Zeit. Und wenn wir irgendwann hier bei Null angekommen sind, dann ist unser Durchlauf fehlgeschlagen. Und wir müssen quasi das Szenario zurücksetzen, können gegebenenfalls ein oder zwei Karten, die wir bereits gefunden haben, wieder mitnehmen und müssen einen neuen Durchgang starten. Diesmal haben wir aber natürlich schon im Gedächtnis, was wir überhaupt schon erlebt haben, wo wir überall waren, was wir vielleicht nächstes Mal nicht irgendwie anschauen sollten, wo wir nicht hingehen sollten. Und so hat man eben im nächsten Durchlauf dann ein bisschen bessere Möglichkeiten, den dann zu bestehen. Eine Information noch vorweg, bevor ich jetzt mit der genauen Regelerklärung anfange. Je nachdem, was ihr schon über Time Stories gehört habt, wisst ihr vielleicht schon, dass es bei dem Spiel sehr wichtig ist, dass man im Vorfeld nicht so viele Informationen, besonders über die einzelnen Szenarien hat, weil damit ist ja quasi der Spielspaß verloren gegangen, denn man kann im Grunde jedes Szenario nur einmal spielen, weil dann kennt man natürlich das Rätsel und ja, dann ist ein bisschen die Spannung raus. Und ich werde mich jetzt hier darauf konzentrieren, euch Sachen vorzustellen, die auch genau so abgebildet sind in der Anleitung. Also ich zeige euch nicht mehr als das, was man in der Anleitung sehen kann. Diesen Ort hier zum Beispiel, das ist der Startort, der in der Nervenheilanstalt als erstes besucht wird und den sieht man eben auch mehrfach in der Anleitung. Deswegen kann ich den euch zeigen, genauso wie den Wirt hier, die Madeleine, den sieht man auch mehrfach in der Anleitung. Deswegen seht ihr hier nichts, was ihr nicht auch in der Anleitung sehen würdet. So, dann geht's los. Dann möchte ich euch erstmal zeigen, was es denn alles an Spielmaterial in der Grundschachtel gibt. Prinzipiell ist es so, dass die Grundschachtel eben Spielmaterial für alle möglichen kommenden Szenarien bietet und natürlich auch die, die schon erschienen sind. Wobei nicht immer alle Materialien verwendet werden. Das ist ganz einfach je nach Szenario unterschiedlich. Also die Grundbox bietet euch quasi so den Bausatz für die Szenarien, die dann eben noch kommen werden, die schon gekommen sind, um diese dann spielen zu können. Ja, fangen wir hier mit den Spieleragentensteinen an. Die gibt es hier eben in großer Form. Die zeigen einfach unseren Spieler an und markieren damit einen Ort, den wir besuchen können. Dasselbe gibt es nochmal hier in der kleinen Variante, die wir dann auf unsere Wirtskarte stellen, um quasi eine Verbindung zu sehen, damit wir wissen, aha, genau, Spieler pink an der Stelle ist jetzt eben die Madeleine. Dann haben wir noch hier den neutralen Stein, also der ist nicht weiter markiert. Das ist der Gruppenmarker. Der befindet sich dann oben auf dem Plan, denn hier oben ist immer so eine Karte abgebildet. Und der Gruppenstein zeigt an, in welchem Ort wir uns gerade alle befinden. Dann gibt es hier noch so ein paar Marker. Und zwar gibt es einen grün, gelben, braun und blauen. Und diese Marker haben je nach Szenario ganz einfach vollkommen unterschiedliche Bedeutung. Also das ist wirklich szenarioabhängig. Bei der Nervenheilanstalt ist es zum Beispiel so, dass braune Marker Munition darstellen. Dann haben wir noch solche Marker hier, die mit dem Herz. Das sind einfach unsere Lebenspunkte, die kommen dann eben auch auf unseren Wirt hier drauf und zeigen an, wie viele Lebenspunkte der hat. Ein paar Würfel gibt es auch noch. Das sind die hier, wo wir so blaue Sterne drauf haben. Es gibt Leerseiten und Totenköpfe. Es gibt auch noch eine Seite mit zwei Sternen. Die Würfel sind einfach dafür da, wenn wir dann Proben bestehen müssen. Also wenn wir quasi in irgendeiner Gefahr sind und versuchen müssen, die Gefahr abzuwenden, dann würfeln wir diese Probenwürfel und schauen dann, ob wir die Probe bestanden haben. Zu diesen Proben gibt es dann noch diese Schildplättchen hier. Davon gibt es vier unterschiedliche Ausprägungen. Was sie genau bedeuten, kommt alles später noch. Die stellen quasi die Probe dar. Und was uns eben bei der Probe alles Schlimmes widerfahren kann, symbolisieren die eben. Dann gibt es noch einen etwas größeren Würfel. Das ist der Würfel des Zeitkäptens. Und der Zeitkäpten würfelt den Würfel, wenn wir einen Ort wechseln, um quasi zu erwürfeln, wie aufwendig das ist. Denn hier, das sind die Zeiteinheiten-Symbole hier. Das sieht man hier oben nochmal. So viel, wie eben dann die Zahl hier anzeigt, die man gewürfelt hat, so viele Zeiteinheiten muss man für den Ortswechsel ausgeben. Dann gibt es hier noch ein paar Statusplättchen. Die habe ich jetzt schon exemplarisch dorthin gelegt. Also ein paar zumindest. Da gibt es ziemlich viele. Und das ist einfach auch wieder sehr szenarioabhängig. Das können irgendwelche Zugangsplättchen sein, um überhaupt irgendeinen Ort besuchen zu können. Oder einen Teil eines Ortes hier. So eine Karte, dass man die überhaupt erst besuchen kann, wenn man so ein Statusplättchen hat von einer bestimmten Farbe. Ja, und diese Plättchen sammelt man einfach im Laufe der Zeit. Dann haben wir noch das, ich sag mal, das Szenario-Deck. Das ist im Prinzip dieser Stapel hier plus die Karten, die hier alle schon ausliegen. Und ja, das Ganze bildet quasi ein Abenteuer da. So ein Szenario-Deck besteht immer aus hier diesen Basiskarten. Basiskarten, das sind die Karten, die ganz am Anfang auch wieder in so einem schönen Panorama hingelegt werden. Und uns über den Einsatz, den wir in diesem Szenario haben, informieren. Und dann gibt es eine Vielzahl an Orten, die wir besuchen können. Eine Menge von Gegenständen, beziehungsweise Objekten. Das sind die ganzen Karten hier. Dann gibt es ein paar Karten, die uns sagen, was passiert, wenn wir eine Mission erfolgreich beendet haben. Oder beziehungsweise auch, wenn wir einen Fehlschlag haben, dann treten eben unterschiedliche Effekte ein. Und ganz wichtig noch eben, bei diesem Kartenstapel muss man wirklich aufpassen. Den darf man sich nicht vorher einfach so anschauen. Denn sonst läuft man Gefahr, dass man einfach zu viele Informationen schon im Vorfeld sieht, die man eigentlich erst im Laufe des Spiels erkunden muss. Deswegen den Stapel von oben nach unten langsam durcharbeiten und immer nur dann etwas aufdecken und anschauen und auf den Spielplan legen, wenn wir dazu aufgefordert werden. Zum Spielaufbau. Ihr legt erstmal den Spielplan vor euch aus. Idealerweise legt ihr ihn so hin, dass alle Spieler, die mitspielen, hier auf derselben Seite sitzen. Macht es sich ganz einfach leichter, um Sachen zu erkennen, weil es eben halt wichtig ist, dass man sich hier Bilder anschaut und so weiter. Dann nimmt sich jeder Spieler hier die zwei Figuren seiner Spielfarbe, die er spielen möchte. Zur Spieleranzahl gibt es noch zu sagen, das Spiel ist im Grunde für zwei bis vier Spieler ausgelegt. Idealerweise spielt man es wirklich mit vier Spielen, weil es ist ein sehr kommunikatives Spiel. Hier gilt es ganz einfach Erfahrungsaustausch zu machen, Sachen, die man gesehen hat, Ideen mit ins Spiel zu bringen, um diese zu besprechen mit anderen Leuten. Und deswegen je mehr Spieler, desto besser. Man kann es auch zu zweit spielen. Bei der Spieleranzahl ist es so, dass jeder natürlich eine Figur nimmt. Und dann kann man sich aussuchen, entweder nimmt jeder noch eine zusätzlich, die man steuert, oder man nimmt eine dritte Figur nur und spielt die dann quasi gemeinsam. Ja, dann, wenn sich jeder das rausgesucht hat, legen wir hier noch so die ganzen Marker, die es so gibt, um das Spielfeld drumherum. Die Statusplättchen legen wir hier drüben bereit. Das sind jetzt noch ein paar, die ich hingelegt habe. Die Würfel, den Gruppenmarker gleich hier oben da, wo der Plan dann hinkommt. Ein paar von den Probenplättchen. Da habe ich übrigens gesehen, habe ich eben noch eins bei der Spielmaterialvorstellung vergessen. Diese Schilde gibt es auch noch. Hier die Lebensmarker, die ganzen anderen Marker auch über den Spielplan. Den Würfel und den Zeitmarker breit legen. Dann legen wir natürlich das Szenario hier mit nebendran und wir beginnen immer erst mit der Basis. Die Basis ist auch der Ort, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil es ist kein richtiger Ort, der immer oben drauf liegt. So, und dann nimmt man ganz einfach eben die Karten und legt sich hier so schön dieses Panorama zurecht. Man bestimmt einen Zeitcapt'n. Der Zeitcapt'n ist im Grunde der Spieler, der so ein bisschen in Anführungsstrichen das Sagen hat. Weil es ist ganz einfach so, da es ja ein sehr kommunikatives Spiel ist, wo Gruppenentscheidungen getroffen werden müssen. Also eben kooperativ auch. Damit jetzt keiner sich irgendwie in den Vordergrund drängelt oder eben auch keiner irgendwie zu sehr hinten runter fällt. Deswegen gibt es einen Zeitcapt'n, der immer jede, nicht jede Runde, sondern für jeden Ortswechsel neu bestimmt wird. Der wandert dann einfach im Uhrzeiger rum, im Uhrzeigersinn. Und der Zeitcapt'n, der liest eben dann zum Beispiel die Basiskarten vor oder halt bei den Ortskarten dann jeweils nur die erste. Weil dort hier die erste, die auf der Seite liegt, weil dort so ein bisschen was zu dem Ort erzählt wird. Und der Zeitcapt'n hat auch, sagen wir mal so, die letzte Entscheidungsgewalt, um zu bestimmen, ob ein Ortswechsel durchgeführt werden soll. Ja, aber im Grunde agiert schon jeder Spieler irgendwie für sich alleine. Also jeder trifft seine eigenen Entscheidungen, nur eben die Gruppenentscheidungen, die trifft der Zeitcapt'n. Ja, und dann, wenn ihr jetzt angefangen habt, dann lest ihr jetzt etwas nacheinander durch. Und dort wird quasi beschrieben, was ihr zu tun habt. Welche Würde ihr nehmen müsst, was denn noch für Karten aufgedeckt werden müssen. Und ja, dann geht's los. Noch kurz vorab die vielleicht noch ein bisschen genaue Erklärung zu den einzelnen Bereichen auf dem Spielbrett hier. Hier oben habt ihr schon gesehen, hier ist immer der Plan, die Karte, wo wir uns quasi gerade befinden und wo wir hinreisen können. Diese Bereiche, den hatte ich jetzt noch gar nicht weiter erläutert. Das sind im Prinzip, ja, Platzhalter für Karten, die so permanent in so einem Szenario eben immer im Blick sein müssen. Die eben halt eine besondere Funktion bringen, die eben besondere Spieleigenschaften haben. Und damit man die eben immer zu Gesicht hat, gibt es diese Codex-Karten, die dann dort hingelegt werden. Welche dort hingelegen werden müssen, das sagt euch dann immer das Szenario. Nur, da ihr das schon mal wisst, in der Nervenheilanstalt gibt es, glaube ich, keine Karte, die irgendwie dort oben hingelegt wird. Also nicht wundern. Hier kommen die Karten für den Missionsfehlschlag bzw. Missionserfolg hin. Hier kommen die ganzen Objekte hin. Das ist der Bereich, wo wir unsere Spielsteine platzieren können. Hier werden immer die Orte ausgelegt. Hier wird immer die erste Karte eines Orts hingelegt, die quasi eben so ein bisschen dann die Beschreibung von dem Ort enthält. Hier ist der Ablagestapel, also sprich die Karten, also Orte, die wir schon besucht haben und so weiter. Die werden alle hier gesammelt, weil man kann ja auch wieder zu Orten zurückgehen. Deswegen weiß man dann, dass man in dem Stapel suchen muss. Der Bereich für die Statusplättchen und natürlich hier die Zeitleiste, wo wir sehen, wie viele Zeiteinheiten wir noch zur Verfügung haben. Zu guter Letzt gibt es noch hier unten diese Schildbereiche, wobei immer drei zu jeder Ortskarte gehören. Dort kommen dann, man sieht ja ein bisschen, die Form passt ja schon direkt zusammen. Hier werden die Probenplättchen hingelegt, wenn wir eben für ein Ortteil eine Probe bestehen müssen. So, schauen wir uns doch mal so ein Szenario-Deck ein bisschen genauer an. Und zwar, so ein Szenario-Deck besteht immer aus sogenannten Flash-Karten oben und unten. Das sind ganz einfach, ich sag mal, Platzhalterkarten, damit man nicht aus Versehen irgendwie schon einen ungewolltenen Blick auf irgendwelchen Inhalt, der vielleicht spielrelevant oder szenario-relevant sein könnte hat. Wenn man den dann hier ablegt, dann geht es eben sofort, wie schon gesagt, mit der Basis los. Prinzipiell gibt es zu den Karten noch Folgendes zu sagen, die haben hier unten immer so eine Nummer. Und zwar sind die dort komplett durchnummeriert. Also ihr seht hier unten, das ist wirklich immer aufsteigend und das ist eine sehr gute Orientierung, denn wenn irgendwann mal vielleicht euch der Stapel irgendwie durcheinander gerät, dann könnt ihr einfach irgendwie jemanden bitten, der vielleicht nicht gerade an dem Spiel mit teilnimmt, das doch einfach danach entsprechend wieder zu sortieren. Bei den Ortskarten sehen wir immer noch hier drauf abgebildet, wie viele es davon gibt. Also hier, das ist eben immer die erste A und dann gibt es eben halt bis G, damit man auch immer weiß, welche es dann genau gibt. Bei den Objekten ist es so, dass es natürlich hier immer große Zahl drauf gibt und hier in den rechten und linken Ecken sieht man die Ahnung nochmal klein, dass man hier eben beim so schnell durchblättern schon sieht, welches Objekt ist das. Bei dem Plan, gut, das ist der Stadtplan, den legt man nur einmal hin. Da muss man in der Regel nicht irgendwie im Laufe des Spiels noch weitersuchen. Dann, was gibt es noch? Das sind die verschiedenen Charaktere. Zu den Ortskarten gibt es auch noch was Interessantes und zwar sieht man immer hier links, wie denn der Ort heißt. Das ist ganz einfach sehr wichtig, dass man halt wirklich nicht so viel auffächert, um dann einen neuen Ort zu suchen. Also immer darauf achten, nicht so weit aufzufächern, denn hier an der Seite sieht man schon, wie der Ort heißt und kann ihn dann so schnell finden. Hier unten noch wieder abgebildet, welche Karten es denn zu diesem Ort genau alle gibt. Ja, das war es im Grunde auch schon, denn die ganzen restlichen Karten sind alles Orte. Hier wieder nur die unteren Flashkarten. Jupp, so viel zu dem Stapel. So, dann schauen wir uns jetzt mal nach und nach ein bisschen die einzelnen, unterschiedlichen Kartentypen genauer an. Fangen wir mit den Mission-Abgeschlossen- bzw. Fehlgeschlagen-Karten an. Die sollte man sich auf jeden Fall vorher die Seite hier genauer anschauen, denn es gibt unterschiedliche Bedingungen. Wir haben hier eine Mission-Abgeschlossen-Karte, die werden wir ganz einfach dann vorlesen müssen, wenn uns das Szenario dazu auffordert. Dann gibt es hier Fehlgeschlagen und zwar gibt es dort unterschiedliche. Ich fesse die mal so ein bisschen auf hier. Und zwar, es gibt einmal Mission-Fehlgeschlagen, wenn uns die Zeit ausgeht. Dann gibt es hier nochmal Mission-Fehlgeschlagen, wenn uns die Zeit ausgeht. Da gibt es aber hier eben dann noch den Zusatz, wenn euch zum zweiten Mal die Zeit ausgeht. Und dann haben wir hier unten noch normal Mission-Fehlgeschlagen, ohne weiteres und dann auch nochmal. Aber eben in unterschiedlicher Farbe, wo uns dann auch das Szenario vorgibt, wann wir welche Karte nehmen sollen. Also das sollte man hinten drauf die Rückseite sich vorher anschauen, damit man weiß, wann man welche Mission-Fehlgeschlagen-Karte dann potenziell zieht. Zu den Ortskarten hier oben gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich zeige die euch übrigens bewusst jetzt ein bisschen weiter weg, damit ihr nicht zu viele Details davon seht. Im Grunde gibt es einfach hier eben diesen Gruppenmarker. Den stellt man immer auf einen Ort, der auch einen Namen trägt. Also die ganzen anderen Bereiche von der Karte, wo jetzt kein Name irgendwie draufsteht, kann man natürlich nicht besuchen. Ja, und je nachdem, wo man eben gerade ist, bewegt man dann einfach den Gruppenmarker dorthin. So, dann schauen wir uns die Ortskarten nochmal ein bisschen genauer an. Und zwar auf den Rückseiten von einigen Ortskarten gibt es solche Symbole hier. Die sagen ganz einfach, dass man den Teil von dem Ort eben nur betreten kann, wenn man diese Statusplättchen hier eben in seinem Bereich, in dem Spielbereich liegen hat. Oder eben halt, es kann auch nur ein Bestimmtes sein. Es gibt auch die Variante, dass alle Spieler auf diesem Teil des Ortes stehen müssen und man zum Beispiel noch zusätzlichen Statusplättchen haben muss. Dann gibt es auch noch die Variante, die ist in der Anleitung mit abgebildet, dass es Orte gibt, die nur von bestimmten Charakteren betreten werden können. Da sind dann eben die Wirtsbilder davon abgebildet. Und was es dann auch noch in der Anleitung zu sehen gibt, da habe ich jetzt kein Kartenbeispiel konkret. Das sind diese hier. Das sind Orte, die dürfen wir explizit nicht betreten, sondern nur, wenn uns eine andere Karte dazu auffordert. Das sind Orte, wo mindestens ein Agent sich diesen Teil des Ortes anschauen muss. Und diese Karte hier unten mit dem Mülleimer besagt ganz einfach, wenn nicht mindestens ein Agent diese Karte ergründet hat, sobald der Ort das erste Mal aufgedeckt wird und man wechselt dann den Ort, dann verschwindet die Karte. Also man hatte eben die Möglichkeit, zu Orten wiederzukommen und wenn das erste Mal, wo man im Ort war, nicht einer hier drauf war, dann würde der Ort dann nicht mehr da sein. Vielleicht noch kurz hier zu dem, was ich eben gesagt habe, dass es Ortskarten gibt, wo bestimmte Leute nur drauf können. Das haben wir hier zum Beispiel. Hier können eben halt nur der Charakter und der hier dort diesen Ort erkunden. Oder hier unten haben wir auch noch die Möglichkeit, dass so ein Objekt angegeben ist, was man eben halt auch besitzen muss oder beziehungsweise was diese Person hier besitzen muss. Schauen wir uns nun mal so eine Wirtskarte ein bisschen näher an. Die Madeleine kennt ihr ja schon, aber der ihren Rückseite, die kennt ihr noch nicht. So. Und zwar, was sehen wir hier drauf? Wir sehen, dass es hier erstmal einen Namen gibt, so wie die Person eben heißt. Hier in diesem Bereich kann gegebenenfalls noch eine Startausrüstung stehen. Wenn da was steht, zum Beispiel Nebensobjekt 3 als Startausrüstung, dann legt ihr das einfach am Anfang, wenn ihr euch für den Wirt entschieden habt, damit drauf. Dann hier in diesem Bereich, diese drei Symbole sind die Fähigkeiten des Charakters. Die sind ganz einfach dann für die Fertigkeitsproben relevant. Die Zahl hier gibt jeweils an, mit wie vielen Würfeln man dann würfeln kann, wenn man eine Probe in dieser Fertigkeit besteht. Hier drüben, der Bereich zeigt an, was wir quasi für einen Rüstungswert haben. Und hier die Lebenspunkte, also so viele, wie hier die Zahl angibt, von den Lebenspunkte-Markern legen wir zu Beginn des Spiels hier auf den Charakter. Hier unten gibt es dann noch Eigenschaften, die der Charakter hat. Die sind ganz einfach, ja, je nach Szenario unterschiedlich. Also, beziehungsweise die Auswirkungen sind eben halt immer konkret auf das eine Szenario dann und, ja, können halt völlig unterschiedliche Sachen sein bei den unterschiedlichen Wirten. Noch ein paar Zusatzinformationen. Die Lebenspunkte, die Zahl, die er angibt, die kann quasi, der angegeben ist, kann nie überschritten werden. Das heißt, der Charakter kann auch nie mehr als drei Lebenspunkte eben haben. Und dann ist es so, wenn man sich jetzt für, in einem Durchlauf, für einen Wirt entschieden hat, dann hat man die Möglichkeit, wenn man den Durchlauf verloren hat und eben mal einen neuen Durchlauf starten muss, einen anderen Charakter zu nehmen, man kann aber auch den nehmen, den man eben schon in dem vorherigen Durchlauf hatte. So, das war jetzt eine Menge Informationen vorweg, bevor man jetzt so zum eigentlichen Ablauf kommt. Und damit wollen wir jetzt endlich anfangen. Und zwar, ich habe ja schon mehrfach von diesem Durchlauf gesprochen. Also eben halt, ein Durchlauf ist ja quasi einmal das komplette Spiel, bis man keine Zeiteinheit mehr hat. Und, ja, pro Durchlauf spielt man quasi immer zwei Phasen abwechselnd. Und zwar ist das einmal Ort erkunden, auslegen, ja, dort auch Aktionen ausführen. Und die zweite Phase ist dann ganz einfach der Ortswechsel. Die Basiskarten, die geben uns vor, zu welchem Ort wir dann quasi direkt hingebeamt werden, sage ich mal. Und dort angekommen, also das ist jetzt eben der Startort von dem Szenario Nervenheilanstalt. Dort angekommen nimmt der Zeitcapt'n die Karte A, liest sie laut vor. Bei der Karte gibt es, oder beziehungsweise bei jedem von den Orten gibt es auf der A-Karte immer hier so dick gedruckte Wörter. Die referenzieren quasi immer so ein bisschen, was man in diesen unterschiedlichen Ortskarten dann sieht. Also man kann das vielleicht dann irgendwie noch ein bisschen deutlicher vorlesen. Hier Krankenschwester, dick geschrieben, dass man eben halt diese damit meint. Ja, wenn das dann der Zeitcapt'n vorgelesen hat, dann geht, sagen wir mal, auch schon die Diskussionsphase los. Das ist jetzt keine richtige Spielphase, aber es wird quasi diskutiert, es kann diskutiert werden, wer nun wohin geht. Dafür nehmen wir hier dann eben die Spielsteine. Es können auch mehrere Spieler an einem Ort gehen, es können alle Spieler dorthin gehen. Ja, das ist einfach je nach Belieben und ja, die Gruppe sollte sich eben halt nur einig werden, wer wohin geht. Und dann geht es auch schon los. Man fängt vielleicht hier vorne an, bei der ersten Karte. So, und jetzt kommt jetzt nochmal ein bisschen was Wichtiges. Denn die Leute, die ihre Spielfigur immer über der Karte haben, die nehmen die Karte und schauen sie sich im Geheimen an. Das heißt, sie zeigen sie nicht den anderen Spielern, außer der Spieler steht mit hier auf diesem Ortsbereich und er liest sie sich auch leise durch, beziehungsweise schaut sie sich an. Es sind nicht überall Texte drauf, manchmal sind auch nur Bilder. Und jetzt kommt so ein bisschen das Besondere auch mit einem Spiel, was aber halt auch mit wichtig ist, um für die Atmosphäre zu sorgen. Denn der Spieler erzählt den anderen, die nicht auf dem Ort sind, was er dort sieht, was er dort gelesen hat. Also er liest nicht einfach irgendwas vor, was dort steht, sondern mit seinen eigenen Worten. Denn ihr müsst euch ja vorstellen, ihr seid ja in der Rolle von diesem Wirt und durch dessen Augen seht ihr jetzt eben diesen Ort. Und ihr beschreibt eben den anderen Wirt, weil ihr steht ja die ganze Zeit in telepathischer Verbindung zueinander und ihr beschreibt einfach, was ihr dort gesehen und gelesen habt. Es gibt ganz selten auch den Fall, dass auf so einer Ortskarte neue Regeln stehen. Die müsst ihr natürlich dann laut vorlesen, aber das ist dann auch nochmal ganz speziell markiert, hervorgehoben, wenn es sich nur eine neue Regel handelt. Ja, wenn das abgehandelt wurde, dann geht man einfach zu der nächsten Ortskarte, wo Spielsteine oben drüber stehen und dann geht das immer so weiter und dann entscheidet man quasi, was man dann weiter tut. Was es vielleicht auch noch zu den Ortskarten zu sagen gibt, je nachdem, was ihr dort dann eben seht, das bestimmt natürlich dann das, wie jetzt dann die nächsten Runden sich entwickeln und es kann sein, dass da drauf steht, nehmt ein Objekt, also nehmt Objekt XY und das nehmt ihr einfach dann sofort in dem Moment, wenn ihr euch die Karte angeschaut habt. Es kann aber auch sein, dass dort, das kommt dann auch recht häufig vor, dass es eine Probe zu bestehen gilt. Es kann auch sein, dass ihr als vielleicht positiven Ausgang der Probe dann erst das Objekt nehmen könnt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, aber das steht eigentlich alles genau dann dort drauf beschrieben. Es gibt auch zum Beispiel Proben oder Ortskarten, wo es Proben zu bestehen gibt, wo ihr nicht einfach wieder abhauen könnt, aber das erkläre ich dann später noch alles genauer. Ja, also prinzipiell jetzt noch das Ganze hat jetzt, also hier quasi aussuchen, wo man sich hinstellt und dann nacheinander die Karten anschauen, das hat keine Zeiteinheit gekostet. Das ist wichtig, also erstmal prinzipiell das Szenario gibt vor, wie viele Zeiteinheiten man hat. Das ist auch ein bisschen Spieleranzahl abhängig, wie viele mitspielen. Mal angenommen jetzt hier, das Szenario startet mit 35 Zeiteinheiten. Ihr werdet von der Basis direkt dort hingebeamt zum ersten Ort, macht das, was ich eben beschrieben habe und habt bis jetzt noch 0 Zeiteinheit ausgegeben. So, denn Zeiteinheit ausgeben kommt quasi jetzt erst im Anschluss. Und zwar, es kann sein, dass andere Spieler vielleicht irgendwie oder beziehungsweise Spieler noch andere Orte besuchen wollen. Der hier und der hier war jetzt in dem Fall noch unbesucht. Und ja, den muss man nicht besuchen. Also das ist, wie gesagt, immer eine Gruppenentscheidung. Wenn die Gruppe sich nicht einig ist, ist es die Entscheidung des Zeitcaptains, ob wir jetzt vielleicht einen Ortswechsel machen oder hier noch weiterschauen. Um jetzt hier weitere Aktionen machen zu können, müssen wir jetzt Zeit ausgeben. Und zwar, dafür gibt der Zeitcaptain eben eine Zeiteinheit aus. Er schiebt den Marker um eins nach unten. Und während dieser Zeiteinheit können jetzt so unterschiedliche Dinge passieren. Ein Spieler kann einen Ort wechseln. So, also das können natürlich potenziell alle machen. Aber eben einen Ortswechsel hier, also einen Ortskartenwechsel, um das vielleicht nochmal deutlicher zu sagen, den kann man innerhalb von einer Zeiteinheit ausführen. Kann auch sein, hier andere Spieler wollen sich eine Karte, die bereits angeschaut wurde, vielleicht auch nochmal genauer anschauen. Und ja, jetzt wird das wieder abgehandelt. Die Ortskarten können angeguckt werden. Das ist jetzt ein Beispiel, was bei einer Zeiteinheit passieren kann. Was auch passieren kann, ihr weiß leider nicht mehr genau, wo der stand. Ich glaube vielleicht hier. Also ich sette das nochmal. Was auch passieren kann, wenn eine Zeiteinheit ausgegeben wird, dass eine Probe bestanden werden kann. Und zwar auf diesen Ortskarten ist dann eben halt direkt beschrieben, es gibt eine Probe zu bestehen. Wie das genau abläuft, erkläre ich dann nochmal genau. Weil dann legt man hier entsprechend, was die Ortskarte anzeigt, hier die Probenplättchen hin und würfelt. So, das können alle Spieler machen, die gerade sich an diesem Ort befinden. Und man kann im Grunde einmal würfeln pro Zeiteinheit. Es kann zum Beispiel sein, hier ist irgendeine recht schwere Probe. Die beiden Spieler haben es jetzt nicht während der einen Zeiteinheit geschafft. Dann wird wieder eine weitere ausgegeben und die anderen Spieler kommen denen vielleicht zur Hilfe. Die Spieler, die bereits dort waren, können während der Zeiteinheit, die ausgegeben wurde, wieder erneut würfeln. Die, die jetzt nicht erst dazugekommen sind, natürlich nicht, weil die haben die Zeiteinheit benutzt, um erst zu diesem Ort zu kommen. Da müsste erst noch eine ausgegeben werden und jetzt können wirklich dann nochmal alle vier gleichzeitig würfeln. Vielleicht noch ein abschließender Hinweis, was man auch während einer Zeiteinheit machen kann. Man kann einfach auch nichts tun. Also man kann einfach dort stehen bleiben, wo man gerade ist. Man braucht sich dort nicht nochmal was anschauen oder sonst was. Einfach nur nichts tun. Ist natürlich jetzt nicht empfohlen, denn es gibt im Grunde immer irgendwas zu tun und auch was man tun sollte. Ja, das war es im Grunde auch schon, was man in Phase 1 so alles tun kann. Wenn jetzt diese Phase abgeschlossen ist, also wenn sich eben halt die Spieler entscheiden, okay, wir sind jetzt durch hier an dem Ort, können sie einen Ortswechsel machen. Und das ist eben halt auch schon das Zweite, was man machen kann. Ein Ortswechsel läuft nun so ab, dass alle Spielsteine hier vom Plan genommen werden. Dann packt man die ganzen Ortskarten wieder zusammen. Wieder darauf achten, dass man die Reihenfolge hier einhält. Ja, und dann entscheiden die Spieler eben gemeinsam, zu welchem Ort sie reisen wollen. Dabei versetzen sie eben dann diesen Gruppenmarker auf irgendeinen anderen Ort. Der muss jetzt nicht irgendwie angrenzend zu dem sein, wo wir uns gerade schon befinden, sondern der kann irgendwo sein. So, wichtig ist natürlich, man muss einen anderen Ort nehmen, als von dem man gerade kommt. Also, das ist klar. Und ja, wenn man das dann gemacht hat, also ich packe die jetzt mal hier alle zusammen. So, dann nimmt man die, packt die unter das Deck, also angenommen hier liegt jetzt eben das Deck drauf, man packt die Karten unten drunter und dann nimmt der Zeitcapt'n den Würfel, würfelt und so viele Symbole, wie hier angezeigt werden, trägt man dann hier mit dem Zeitmarker ab, denn der Ortswechsel war jetzt ganz einfach eben zwei Zeiteinheiten teuer. Eine Besonderheit noch bei dem Ortswechsel, es kann auch Orte geben, die eine rote Schrift haben. Und bei denen ist es so, wenn wir von diesem Ort zu einem anderen wechseln, müssen wir immer zwei Zeiteinheiten zusätzlich ausgeben, also zu dem Ergebnis, was hier gewürfelt wurde. Ganz wichtig eben, nicht wenn man dorthin wechselt zu dem Ort, sondern wenn man an dem Ort ist und woanders hin wechselt, zwei Zeiteinheiten zusätzlich. Ja, und dann legen wir ganz einfach eben den neuen Ort hier aus. Der Zeitcapt'n wechselt jetzt weiter, also der nächste im Uhrzeigersinn. Und der fängt dann an mit dem lauten Vorlesen der Karta. So, kommen wir dann jetzt zu den Proben. Ja, die Proben sind relativ vielfältig, sie können vielfältig sein. Ihr müsst zum Beispiel vielleicht irgendwie so Kreaturen bekämpfen oder man muss jemanden überzeugen, man muss Schlösser knacken, Abgründe überqueren oder, oder, oder. Also gibt es wirklich viele unterschiedliche Sachen. Und wie jetzt so eine Probe dann aufgebaut ist, seht ihr immer auf der entsprechenden Ortskarte. Weil ich euch jetzt natürlich keine zeigen will, zeige ich euch das Beispiel hier aus der Anleitung. Hier, so seht ihr mal, wie das dann beispielhaft aussieht. Also hier erstmal die Fähigkeit, in der die Probe durchgeführt wird. Und dann seht ihr hier immer noch so die unterschiedlichen Schildsymbole und die Anzahl, die ihr dann, ja, bei der Probe quasi bestehen müsst. Und das, was dann eben hier so neben der Fähigkeit liegt, beziehungsweise was dort hier abgebildet ist, das müsst ihr dann hier hinlegen, und zwar in den unteren Bereich. Das heißt, da war jetzt eben drei so Blankoschilder, die kommen hier hin und einen so einen Totenkopf. Ja, es gibt noch die anderen, was die, also die drei hier, was die bedeuten, kommt jetzt so gleich. Prinzipiell läuft so eine Probe so ab, dass, ja, man muss erstmal würfeln. Und nachdem man gewürfelt hat, schaut man dann, wie viele Treffer hat man durch den Würfelwurf. Danach gibt es einen eventuellen Gegenschlag und zum Schluss gibt es noch eine automatische Strafe gegebenenfalls. So, ich zeige euch das jetzt einfach mal, wie das hier abläuft. Erstmal schauen wir natürlich hier auf unseren Charakter, was er denn dort für eine Zahl oben hier in dieser Fertigkeit hat, die gerade geprüft wird. Wir haben ja gesehen, diese grüne Fähigkeit wird gerade geprüft und da hat die gute Madeleine hier eine 2 stehen, deswegen bekommt sie zwei Würfel. So, mit denen würfelt sie erstmal. Okay, ist, ja, ein gutes Beispiel auf jeden Fall, denn jetzt kommt eben die Auswertung des Würfelwurfs, also die Treffer werden gezählt und ein Blitz ist ein Treffer. Prinzipiell ist es so, dass wir bei einer Probe alle Schilde hier loswerden müssen. Wir werden die los, indem wir Treffer würfeln. Dabei ist es unabhängig, was denn auf dem Schild für ein Symbol abgebildet ist. Wichtig ist nur, dass man von links nach rechts vorgeht. Ich habe jetzt hier einen Sternen gewürfelt, das ist kein Blitz, sondern ein Stern und kann damit jetzt das erste Schild hier von links entfernen. Ja, dann geht es auch schon weiter mit dem Prüfen des Gegenschlags und zwar beim Gegenschlag ist es so, es wird erstmal geschaut, ob man einen Totenkopf gewürfelt hat. Den habe ich jetzt gewürfelt. Wenn ich den nicht gewürfelt hätte, dann würde es keinen Gegenschlag geben und man würde direkt zu den automatischen Effekten noch kommen, also quasi dem vierten Teil eines Wurfs. Nun habe ich aber einen Totenkopf gewürfelt und nun schaue ich, ob es denn hier in meiner Probe bei den Schildern noch Totenkopfschilde gibt. Das haben wir natürlich jetzt hier und jetzt ist es so, es werden die Anzahl der Totenkopfe, die man gewürfelt hat, es ist keine Leine, ich habe zwei gewürfelt, dann werden es natürlich zwei. Ich habe aber jetzt nur einen gewürfelt. Also dann werden die gewürfelten Totenköpfe zu den Totenkopfplättchen, die hier noch liegen, dazu addiert. Ich habe jetzt hier noch ein liegen, also eins plus eins sind zwei. So und jetzt schaue ich auf meine Charakterkarte. Jetzt kommt nämlich hier dieser Schildwert ins Spiel und wenn jetzt der Gegenschlag höher ist, als hier mein Schildwert beträgt. Das ist jetzt hier in dem Fall nicht so, denn ich habe den Schildwert von zwei. Der Würfelwurf hat jetzt einen Gegenschlag von zwei ergeben, somit ist er nicht höher. Wenn er aber höher gewesen wäre, dann würde ich jetzt einen Lebenspunkt verlieren und ich müsste quasi so einen Lebenspunktmarker von meinem Spielplan entfernen. Es kann natürlich sein, dass die Lebenspunkte dabei auf null gehen. Wenn das der Fall ist, dann stirbt unser Wirt und was dann noch weiter beim Sterben passiert, das erzähle ich dann später noch. Gut, das war jetzt ein Probenwurf. Moment, es gibt noch den Teil 4 von einer Probe. Das ist eben die automatische Strafe und das sind dann diese Symbole hier. Die befinden sich dann immer hier. Die sind, sage ich mal, oft leer, können aber halt auch hier gefüllt sein. Zum Beispiel, wenn jetzt hier ein Schild mit dem Herzsymbol ist, würde ich automatisch, kann ich nichts dagegen tun, es sei denn, ich schaffe es mit einem Würfelwurf, die komplette Probe zu bestehen. Aber so würde ich jetzt einfach eben halt ein Herz verlieren. Oder wenn jetzt zum Beispiel dieses Symbol hier liegen würde, dann wäre der automatische Effekt, dass hier eine Zeiteinheit verloren gehen würde. Das ist übrigens auch pro Plättchen, die hier liegt. Also wenn hier zwei von denen liegen, wären es zwei Zeiteinheiten, bei zwei Herzplättchen hier wären es dann zwei Herzen. Dieses Schild hier übrigens, das hat bei den automatischen Effekten keinen direkt vorgegebenen Effekt, sondern das ist dann einfach je nach Szenario abhängig, was dann da passiert. Nun noch ein paar allgemeine Informationen zu Proben. Und zwar ist es so, ihr könnt eine Probe auch jederzeit unterbrechen, beziehungsweise abbrechen. Also quasi einfach, indem jetzt eine Zeiteinheit vom Zeitcaptain wieder ausgegeben wurde und ihr sagt, gut, ich möchte jetzt aber nicht weiter bei der Probe würfeln, sondern wechsel einfach jetzt den Ort hier, die Ortskarte und will mir was anderes ansuchen. Der bisher erwürfelte Fortschritt wird dann gespeichert. Mit einer Ausnahme, wenn ihr einen kompletten Ortswechsel vornehmt, also wirklich zu einem anderen Ort wechselt, dann ist der gespeicherte Fortschritt bei einer Probe dann natürlich weg. Dann kann es natürlich auch sein, die Probe ist zu schwer oder die Fähigkeit, in der die Probe getestet wird, da seid ihr vielleicht irgendwie zu schwach und es gibt aber einen Spieler, der ist in der Fähigkeit recht gut. Dann könntet ihr euch natürlich zur Hilfe kommen. Der muss erstmal natürlich wieder während einer Zeiteinheit zu eurem Ort kommen und dann muss noch eine Zeiteinheit ausgegeben werden, bis dann der zusätzlich dazugekommene Spieler dann würfeln kann. Aber wenn mehrere Spieler an einem Ort sind, dann würfeln die wirklich unabhängig voneinander ihre Probe. Also es werden erst alle Sachen abgehandelt, die zu der Probe gehören, diese vier Sachen und dann würfelt der andere Spieler, der noch mit an dem Ort ist. Dann noch eine Besonderheit, es gibt noch Proben, denen man nicht entfliehen kann. Und zwar zeige ich euch hier. Das sind Proben mit so einem Schloss-Symbol. Bei diesen Proben muss man ganz einfach dort an dem Platz bleiben, bis man sie bestanden hat. Ja, aber es kann einem trotzdem geholfen werden, es können andere Spieler dort mit hinkommen und einen dort unterstützen, die aber dann natürlich auch nicht fliehen können, bevor die Probe abgeschlossen ist. Dann noch etwas Besonderes bei Kampfproben, also sprich, wenn wir gegen Leute kämpfen und wenn wir die besiegt haben, dann wird die Karte auch weggelegt. Also die Karte ist dann für den Durchgang komplett weg. Das heißt, wenn wir irgendwann mal später wieder zu dem Ort zurückkommen, dann fehlt halt die entsprechende Karte in dem Panorama. Sondern erst, wenn wir einen kompletten Durchlauf neu beginnen würden, dann kommt sie wieder mit ins Spiel. Dann auch abschließend, was es noch zu Proben zu sagen gibt. Wenn jetzt mehrere bei einer Probe gerade würfeln, dann ist es so, dass die Reihenfolge ist ja prinzipiell egal, wie sowas abgehandelt wird. Sei es das Betreten der einzelnen Ortskarten, das ist beliebig. Genauso ist es eben auch das Würfeln für eine Probe, wenn mehrere Spieler drauf sind. Es kann zum Beispiel auch so sein, dass ein Spieler würfelt, der hier schon ist, und der andere Spieler entscheidet sich dann, je nachdem, wenn jetzt vielleicht der Spieler 1 schon die Probe erfolgreich bestanden hat, dass er vielleicht mit seiner Zeiteinheit lieber doch was anderes anfängt und noch zu einer anderen Ortskarte geht. Selbst das ist möglich. Was aber auch noch wichtig ist, ich hatte es ja vorhin gesagt, dass man auch nichts tun kann, während eine Zeiteinheit ausgegeben wurde. Das sollte man zwar tun, ich verweinen, aber manchmal geht es einfach nicht anders, wenn vielleicht irgendwie man die Voraussetzungen für das Bestehen einer Probe nicht hat und man kann vielleicht gerade nicht fliehen, weil da so ein Schlosssymbol drauf ist oder so. Und wenn die Probe dann mindestens so einen Totenschädel hier aufweist, dann verliert man, obwohl man nichts getan hat, einen Lebenspunkt. Und was dann natürlich auch noch dazu kommt, wenn jetzt hier solche automatischen Effekte sind, wie hier, dann würde das auch noch mit einem Treffen, unabhängig davon eben, ob man gewürfelt hat oder nicht, trifft einen das immer, wenn man hier auf dem Feld, wo diese Probekarte abgehandelt wird, eben steht und eine Zeiteinheit ausgegeben wurde. Kommen wir nun zu dem Tod eines Wirtes. Ich hatte es ja vorhin gesagt, bei einer Probe zum Beispiel, wenn die Lebenspunkte dann eben auf Null sinken, es gibt mit Sicherheit auch andere Effekte, wodurch das passieren kann, stirbt ein Wirt. Und was das bedeutet, ist ganz einfach, wir nehmen die Spielfigur hier vom Spielplan hier weg, egal wo an welchem Ort die oder an welchem Feld von dem Ort die gerade ist, dann nehmen wir den Kleinmarker hier zu unserer Spielfarbe und setzen den eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Felder vor dem aktuellen Zeitmarker. So lange braucht es quasi, bis unser Wirt wieder reaktiviert ist und wieder zurückkommt. Und es kann natürlich sein, dass wir mit unserer Zeit schon so verschwenderisch waren oder beziehungsweise schon so viel ausgeben mussten, dass wir, ja, ich sag mal, weniger als sieben Felder vor der Null sind, dann ist es ganz einfach so, dass der Wirt für diesen Durchlauf komplett tot ist und nicht wiederkommen kann. Aber gut, mal angenommen, er kann wiederkommen, eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben. Und dann ist es so, dass der Spieler zwar sich schon noch an Diskussionen mitbeteiligen kann, also der Spieler natürlich von dem der Wirt tot ist, aber ansonsten kann er keine direkten Aktionen mitmachen oder sowas. Was auch noch dazu zu sagen ist, wenn ein Wirt stirbt, dann wird seine Ausrüstung und alles, was er halt eben bei sich liegen hat, aufgeteilt auf andere Spieler, unabhängig, wo die gerade stehen. Also die müssen nicht an dem Ort stehen, wo der Wirt gerade gestorben ist. Und, ja, dann, wenn jetzt eben die Zeiteinheit, der Zeitmarker hier angekommen ist, bei dem kleinen Männchen, bei der kleinen Spielfigur, dann kommt der Wirt wieder zurück ins Spiel. Man nimmt die große Spielfigur und setzt den auf irgendeinem Feld von dem aktuellen Ort, wo sich bereits ein anderer Spieler auch mitbefindet. Falls der Wirt irgendeine Startausrüstung hat, dann bekommt er die an dieser Stelle, wenn der Wirt wiederkommt, nicht nochmal. Es kann natürlich auch sein, dass alle Wirt tot sind. Bei diesem besonderen Fall ist es so, dass der Durchlauf sofort fehlgeschlagen ist und in dem Fall wird aber trotzdem hier die Mission fehlgeschlagen, eine Karte gezogen, die gezogen wird, wenn man eigentlich keine Zeiteinheit mehr hat. Gut, dann kommen wir nun zu den Objekten. Ihr seht jetzt hier einmal ein Objekt quasi von der Vorderseite. Das ist jetzt eben hier in dem Fall einfach ein Schlüssel. Objekte können aber völlig unterschiedliche Sachen sein. Es müssen nicht immer direkt Gegenstände sein. Das werdet ihr dann aber schon dann direkt feststellen, wenn ihr das Objekt dann gezogen bekommt. Prinzipiell ist es so, dass Objekte immer konkreten Wirten zugeordnet sind und ein Wirt kann dabei auch mehrere Objekte haben. Also da gibt es keine Beschränkungen. Aber durch die Zuordnung zu einem Wirt ist es eben so, dass wenn jetzt man sich auf einem Ortsfeld befindet und dieses Ortsfeld sagt quasi, wenn du Objekt Nummer 6 hast, dann passiert Folgendes. Dann muss natürlich auch der Wirt und der dieses Objekt hat auf genau diesem Feld gerade sein. Wenn er irgendwo anders gerade an dem Ort ist, dann passiert nichts. Also dann ist diese Bedingung quasi nicht erfüllt. Ja, man kann aber auch Objekte mit anderen Wirten tauschen. Das geht ganz einfach, wenn man sich auf demselben Feld eines Ortes gerade quasi befindet. Dann kann man das einfach tauschen. oder die ganzen Wirten bzw. Spieler befinden sich gerade neben dem Spielplan, weil gerade ein Ortswechsel durchgeführt wurde. Das Tauschen an sich kostet keine Zeiteinheit, aber trotzdem ist es so, dass ein Objekt nicht mehrfach während einer Zeiteinheit von unterschiedlichen Wirten benutzt werden kann. Also wenn jetzt zum Beispiel der Schlüssel hier noch nicht während einer Zeiteinheit benutzt wurde, kann ich den einfach einem anderen Wirt, der sich auch auf dem Feld, wo ich gerade stehe, übergeben. Wenn ich den aber schon benutzt habe, dann nicht, dann muss erst wieder eine Zeiteinheit ausgegeben werden. Eine große Besonderheit, die man noch beachten muss ist, das zeige ich euch jetzt hier wieder in der Anleitung, ist dieses Symbol. Dieses Symbol befindet sich auf einigen Objekten. Es ist jetzt so, in der Anleitung hier ist das zwar auf diesem Schlüssel, aber im Endeffekt, im richtigen Szenario, ist es jetzt nicht drauf. Deswegen zeige ich euch das hier in der Anleitung. Und zwar, wenn ein Objekt dieses Symbol hat, dann könnt ihr dieses Objekt mit in den nächsten Durchlauf mitnehmen. Also ihr habt quasi das Wissen über dieses Objekt schon erlangt und behaltet das dann damit. Der Rest von den Objekten oder Karten oder sonstigen, die kommen natürlich nach jedem Durchlauf wieder zurück. Also das wird resetet. Aber Objekte mit diesem Symbol können behalten werden. So, dann haben wir es fast geschafft. Es gibt noch ein bisschen was zu den Statusplättchen zu sagen. Die habt ihr ja jetzt mittlerweile schon mehrmals gesehen. Und zwar, im Gegensatz zu den Objekten gehören die Statusplättchen quasi allen Spielern. Alle können die benutzen. Es sei denn, es gibt natürlich Einschränkungen. Also, ein Szenario gibt das irgendwie dann vor. Aber die allgemeine Regel ist, dass eben die jedem Spieler zur Verfügung steht. Und was können wir mit diesen Plättchen nun machen? Also prinzipiell, wir bekommen sie durch unterschiedliche Sachen im Szenario. Meinetwegen, wenn wir irgendwie einen Ort erkundet haben, kann das sein. Also eine Karte von einem Ort oder auch ein Objekt kann so ein Statusplättchen mit sich bringen. Also das kann sehr unterschiedlich sein. Ja, und mit diesem Plättchen, Statusplättchen können wir eben meistens dann überhaupt erst verschlossene Orte erkunden. Hier habe ich jetzt nochmal beispielsweise ein, dieser benötigt jetzt dieses Statusplättchen und solange das sich eben nicht in unserem Besitz befindet, können wir dort nicht hin. Aber mal angenommen, wir hätten dieses Plättchen jetzt und dann wäre es ganz einfach möglich, dass wir unseren Spielstein eben halt auf diese, auf das zugehörige Feld zu der Karte setzen und den Ort ganz normal erkunden können. Es kann aber auch sein, dass es irgendwelche anderen Anweisungen gibt, dass wir nun jetzt so einen verschlossenen Ort direkt aufdecken können beziehungsweise erkunden können, obwohl wir das Plättchen nicht haben. In diesem Fall nehmen wir natürlich nicht einfach das Plättchen, weil das Plättchen haben wir prinzipiell nicht bekommen. Wir haben nur die Möglichkeit jetzt zu bekommen, eben diese Karte des Ortes trotzdem zu erkunden. Also nochmal genauer gesagt, mal angenommen, hier sind jetzt die zwei Spieler hier bei dieser Karte von dem Ort, den ihr ja schon ein paar Mal gesehen habt und die Rückseite der Karte sagt uns jetzt einfach, ihr dürft die verschlossene Karte mit diesem Symbol aufdecken, obwohl wir dieses Symbol nicht haben. Also steht einfach da, decke das Symbol, decke diese verschlossene Karte auf. Und ja dann eben nehmen wir wie gesagt nicht dieses Plättchen, sondern wir nehmen die Karte. Die Spieler hier können die sich jetzt anschauen. Dafür müssen sie aber keine Zeiteinheit zusätzlich ausgeben. Diese Karte ersetzt quasi einfach dann auch physisch die, die wir hier aktuell zuerst angeschaut hatten. Und eben deswegen müssen wir keine Zeiteinheit ausgeben. Also die Spieler hier schauen die sich an und die kommt weg und die hier wird dann dorthin gelegt, weil eben diese Karte dann eben die vorherige ersetzt hat. So, zum Abschluss möchte ich euch noch was ganz Interessantes zeigen, denn Timestories bringt einen Speichermechanismus mit. Das heißt also, während eines Durchlaufs könnt ihr euch jederzeit entscheiden, irgendwie das Spiel zu unterbrechen und den aktuellen Spielfortschritt abzuspeichern. Dafür kommt so ein bisschen hier das, was hier in der ganzen Schachtel noch so an Inlay vorhanden ist ins Spiel. Denn beginnen wir mit dem Abspeichern von unseren aktuellen Zeiteinheitenstand. Dafür kommt das hier unten ins Spiel. Hier sind quasi die 10er, 20er, 30er, 40er und 50er. Angenommen, wir wollen jetzt 23 Zeiteinheiten markieren, dann legen wir den Stein in die 20er und so einen Lebenspunktemarker hier auf die 3. Dann nehmen wir unsere Spielfiguren, tun die natürlich hier hin und hier daneben, das sind dann die Fächer, wo wir das Material, was eine Spielfigur oder was ein Spieler jeweils hat, dann dort mit angeben können. Das sind ein paar Lebenspunkte, vielleicht noch ein paar andere Marker, das tun wir hier daneben hin. dann kommen die hier ins Spiel, das sind also hier die kleinen Marker, die tun wir die kleinen Spielermarker kommen hier oben hin und dann gibt es jetzt hier jeweils drei Slots und in den Slot jeweils hier neben den Spielermarkern kommen dann einfach eben die Wirtskarte und die Objekte die der Wirt gesammelt hat und dann gibt es noch hier zwei zusätzliche Slots, da kommt eben in dem einen Slot einfach rein welcher Ort gerade ausgelegen hat und hier kommt rein der Spiel, also der Plan die Übersichtskarte die wir gerade aktuell haben und dann legen wir halt einfach hier so die übrigen Karten hin die wir vielleicht noch nicht angeschaut hatten hier kommen die Karten hin die wir schon angeschaut hatten oder man kann auch gleich alle hier rein tun wie man möchte und auf die kommen dann die Statusplättchen die wir schon erkundet haben die Statusplättchen die wir noch nicht haben die bleiben ganz einfach hier drüben ja und so gut das ganze andere Zeug kommt natürlich auch wieder mit dazu und so kann man ganz einfach dann das Spiel abspeichern während eines Durchlaufs und einfach wieder auspacken und weiterspielen was man natürlich dabei beachten muss wenn man sich das hier auch so anschaut ist natürlich schon klar dass man die Schachtel dabei nicht irgendwie hochkant oder sowas hinlegen sollte oder hinstellen sondern man muss sie wirklich dann auch flach liegen lassen so das waren nur die Regelerklärungen zu Time Stories ich hoffe euch hat es gefallen ich hoffe euch hat es auch geholfen in das Spiel reinzufinden und ihr könnt jetzt direkt loslegen sicherlich gibt es immer noch ein paar Punkte die man in der Anleitung nachschlagen kann zum Beispiel gibt es dort auf einer der letzten Seite eine gute Übersicht von den einzelnen Symbolen nochmal dann würde ich mich freuen wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet oder auch gerne was in den Kommentaren oder vielleicht auch ein Abo und dann würde ich sagen sehen wir uns das nächste Mal wieder